Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung im Internet. Heute geht es um ein Thema, das vielen Männern doch eher peinlich ist. Es geht um die Impotenz des Mannes und es geht um die Ursachen und um die Möglichkeiten, ob man nicht doch etwas dagegen machen kann. Bei mir hier sitzt heute Dr. Tobias Potek. Er ist Chefarzt der Urologie am Asklepios Westklinikum in Hamburg-Ressen. Schönen guten Tag, Dr. Potek. Erklären Sie uns, was ist Impotenz genau? Impotenz ist ein Teil der Erkrankung des männlichen Genitales in funktioneller Hinsicht. Was gibt es da noch? Das muss man ein bisschen abgrenzen von der Zeugungsfähigkeit oder Zeugungsunfähigkeit. Die Impotenz betrifft im Prinzip eigentlich das organische Problem, also die Möglichkeit eine Erektion zu bekommen. In unserer Sprache nennen wir das Erektile Dysfunktion. Impotenz heißt also die Unfähigkeit oder Unmächtigkeit, Potenz heißt ja Macht oder Mächtigkeit, die Unmächtigkeit, seine Erektion zu kontrollieren oder eben eine Erektion zu halten, die lang genug andauert, um einen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausüben zu können. Wie grenzen Sie das ab gegen Stress zum Beispiel, gegen Müdigkeit? Auch da passiert es ja durchaus einem Mann, dass es nichts wird mit der Erektion. Es ist ganz wichtig, dass wir am Anfang der Untersuchung, die wir durchführen, mit dem Patienten sprechen. Das ist ja so ein Instrument des ärztlichen Lebens, das Gespräch, die Anamnese, nennen wir das in unserem Fach chinesisch. Anamneseerhebung dient, uns zu nähern einer Erkrankung. Und dann haben wir gezielte Fragen bzw. gezielte Möglichkeiten herauszubekommen, wo das eigentlich im Problem liegt. Wenn uns ein Mann berichtet, dass ihm seine Prostata operiert worden ist, weil er Prostata Krebs hatte, dann wird das wohl ein organisches Problem sein in aller lehster Linie. Wenn es so etwas nicht gibt, wenn er keine weiteren Krankheiten hat, wenn Herz-Kreislauf gesund sind, wenn er keine Blutzuckererkrankungen hat, wenn er keine Medikamente nehmen muss, wenn er jung ist, vor allem wenn er eine befriedigende Beziehung hat, dann müssen wir eher in Richtung Psyche bzw. das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist schauen. Gibt es denn eine normierte Dauer unter Ärzten, wonach es denn heißt, gut, das ist eine Erektion, die gut funktioniert oder wer legt das überhaupt fest? Nein, es gibt keine Normen. Es gibt eigentlich nur die Aussage des Patienten, es funktioniert nicht. Es wird nicht gemessen. Wir haben allerdings für die Messung der Zufriedenheit des Patienten schon Instrumente. Das sind also Fragebögen zum Beispiel. I, I, E, F, 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 ist ein englischer Problemfragen, die Männern gestellt werden, die mit der Erektion was zu tun haben, wo man dann eine Summe bilden kann. Und diese Summe dieser Frage, das sagt uns schon, in welche Richtung das geht und wo wir weiter hingucken müssen, ob es eher organisch ist oder eher psychisch das Problem. Ja, wird das dann auch noch mit Geräten untersucht? Heute nicht mehr. Also wir hatten früher die Möglichkeit oder früher haben wir häufig Röntgenuntersuchungen gemacht, Kernspirnenuntersuchungen usw. Das spielt heute eigentlich keine wesentliche Rolle mehr. Es hat damit was zu tun, dass wir Medikamente zur Verfügung haben, mit denen man die Erektionsfähigkeit des Organpenis darstellen kann. Und die setzt man eher diagnostisch ein als therapeutisch. Also wenn ich jemandem ganz bestimmte Tabletten verschreibe und der mir sagt nach einer gewissen Zeit, das funktioniert gar nicht, dann ist es ein wichtiger Hinweis für mich. Da brauche ich heute in dem Sinne keine Bildgebung mehr wie früher. Ja, Sie haben ja schon angedeutet, wie unterschiedlich Patienten sein können. Das heißt also, so eine Erektionsstörung ist keine Sache des Alters? Es ist keine Sache des Alters, kann jeden treffen. Natürlich ist es so, dass im höheren Alter eher die organischen Probleme überwiegen, weil man verschiedene andere Dinge mitbringt. Herz-Kreislauf, Diabetes habe ich schon erwähnt. Das metabolische Syndrom schädigt Blutgefäße. Die Blutgefäße im Penis sind sehr dünn und eng und die können gelegentlich mal dem Herzinfarkt vorlaufen. Also die allgemeine Gefäßerkrankung betrifft den gesamten Körper. Im Penis sind sie aber relativ dünn, sodass man dort zuerst Ausfälle hat. Es gibt also eine ganze Menge Männer, die erst eine Erektionsstörung bekommen oder eine Impotenz bekommen und viel später dann an anderen Blutgefäßen auch entsprechende Fehler. Und das tritt natürlich im höheren Alter eher auf. Im früheren Alter sind es eigentlich eher die psychischen Probleme. Ja, das ist ja dann schon ein Appell auch an einen Mann, der das Gefühl hat, eine Erektionsstörung zu haben, sich behandeln zu lassen, weil es ein Vorbote sein könnte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist so, dass wir unsere Patienten, die erstmals ihre Erektionsstörung vorstellen, alle zum Kardiologen schicken. Bei denen wird die Herzfunktion durchgemessen, da werden die Blutgefäße angeguckt. Viele von den Männern, die zu uns kommen, wissen überhaupt gar nicht, wie ihr Blutdruck ist. Die wissen überhaupt gar nichts über ihre Herzfunktion, wissen auch nicht, ob sie ein Diabetes haben. Das muss im Vorfeld natürlich alles geklärt werden. Und wir lenken die Menschen dahin und versuchen etwas mehr an Gesundheitsbewusstsein zu erzeugen. Ja, einige Ursachen der Erektionsstörung haben Sie schon genannt. Welche sind es noch? Also Rauchen haben Sie genannt, Bluthochdruck, Diabetes, was kommt da noch dazu? Alles das, was Gefäße schädigt und was Nerven schädigt, kann eben die Erektion verhindern. Wenn man so will. Das sind genau die Dinge, die wir gerade genannt haben. Diabetes, Hochdruck, Rauchen natürlich selbstverständlich, aber auch neurologische Erkrankungen, Erkrankungen am Nervensystem, weil immer zwei Dinge zusammenspielen müssen, damit man eine Erektion bekommt. Es muss genug Blutgefäßversorgung da sein und es muss Nervensteuerung da sein. Die Nervensteuerung kann durch Krankheiten kaputt gehen. Sie kann aber auch geschädigt sein durch Operationen zum Beispiel. Operationen im kleinen Becken, Operationen am Enddarm, Operationen an der Prostata. Die sind häufige Ursachen der organischen Erektildysfunktion. Ja. Die anderen Ursachen finde ich noch deshalb so interessant, weil sie ja so häufig auftreten. Also Bluthochdruck zum Beispiel oder auch Diabetes. Das sind ja Volkskrankheiten. Heißt es denn dann, dass eine Erektionsstörung, dass das auch genauso oft zu finden ist, genauso verbreitet ist? Also ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man sagt, dass jeder, der ein metabolisches Syndrom hat, das heißt also diese Zusammenfügung von Hochdruck, also Gefäßerkrankungen, Nervenerkrankungen, Diabetes und so weiter, dass jeder, der das lang genug hat, irgendwann auch eine Erektionsstörung bzw. eine Impotenz bekommt. Die Frage ist nur, was bis dahin sonst alles so passiert, ob diese Männer nicht auf der Strecke, auf dem Weg dahin so viel anderen Schaden erleiden, dass die Potenz bzw. die Sexualität dann gar keine übergeordnete Rolle mehr spielt und andere Dinge eben viel wichtiger geworden sind. Wenn ich drei Schlaganfälle gehabt habe, dann ist mir das möglicherweise egal, was mit der Sexualität ist. Und diese Männer haben natürlich viel verloren. Wenn die sich früher um ihre Gesundheit gekümmert hätten und früher ein Warnzeichen gehorcht hätten, dann hätte man das möglicherweise noch abbiegen können. Also das ist wirklich ein Appell an alle, die früh Erektionsstörungen haben, alle anderen Dinge eben auch untersuchen zu lassen, die sich nebenbei abspielen und unspürbar sind. Hochdruck merkt man ja häufig gar nicht. Diabetes merkt man auch nicht am Anfang. Wenn es so einen großen Strauß von Ursachen gibt für Erektionsstörungen, gibt es dann einen ganz speziellen Ablauf, wie man sich da herantastet an die richtige Behandlung? Wie wir das machen, ja. Das gibt also für die Ärzte, die sich professionell um das Thema kümmern, gibt es einen geregelten Ablauf. Es gibt für den deutschsprachigen Raum zurzeit keine Leitlinie. Wir bedienen uns deshalb der Leitlinie der EAU. Das ist die Europäische Urologengemeinschaft, die in jährlichen Abständen Updates macht von allen Leitlinien, die da bislang formuliert worden sind. Und es gibt eine sehr gute eben für die Erektidysfunktion, die für uns auch bindend ist. Wir müssen also ganz bestimmte Dinge in der richtigen Reihenfolge machen. Sonst zahlen die Krankenkassen einfach nicht. Können Sie das gerade aufzählen für uns? Es ist also wichtig, dass man zunächst mal mit den wenig invasiven Dingen anfängt. Also mit Dingen anfängt, die nicht in die Körperlichkeit eingreifen. Das ist das Gespräch. Das ist das allererste. Das orientierende Gespräch mit Patienten ist die absolute Nummer eins. Und die E-Beratung, die Frage eben, welche sexuelle Praktiken gemacht werden, wie die Partnerschaft ist, ob es bestimmte Bedingungen gibt, unter denen die Erektion nicht funktioniert. Da gibt es also die dollsten Geschichten, dass man also im Gespräch herausbekommt, es funktioniert nur immer dann nicht, wenn der Mann mit einer Partnerin Sex haben will, die nicht seine Ehefrau ist. Das gibt es. Da tritt eine seelische Bremse ein. Und wenn ich das im Gespräch erfahre, dann kann ich auch helfen, ohne irgendwelche Medikamente zu verordnen. Wenn das geklärt ist, kommt der nächste Schritt, die Medikation. Es gibt jetzt seit etwa zwölf Jahren hochwirksame Medikamente, die man oral einnimmt als Tabletten. Sildenafil ist das erste gewesen. Tadalafil, Valenafil sind die beiden anderen. Mögen Sie uns da die Handelsnamen nennen, damit wir das besser annehmen? Die Handelsnamen, also der bekannteste und berühmteste Handelsname ist Viagra. Viagra ist das erste dieser Medikamente gewesen. Das zweite ist Cialis, das dritte ist Levitra. Und interessant dabei ist, dass das Sildenafil, Handelsname Viagra, im vergangenen Jahr den Musterschutz verloren hat. Das kann jetzt also jede Pharmafirma Sildenafil herstellen und verkaufen. Das wird auch gemacht. Und dadurch sind die Kosten dieses Medikamentes immens gesunken. Also man kann heute eine Tablette für einen Euro kaufen, die vor zwei Jahren noch 20 Euro gekostet hat. Also eine ganz interessante Entwicklung. Und diese Entwicklung führt auch dahin, dass etliche Menschen diese Präparate schon kennen, bevor sie zu uns zum ersten Mal kommen, weil sie sie auf dem grauen Markt beschaffen. Da gibt es eine große Warnung meinerseits. Wenn man was auf dem grauen Markt kauft, kann man nie sicher sein, dass auch das drin ist, was draußen draufsteht. Also der große Appell, wenn man sich dafür entscheidet, orale Medikamente einzusetzen, um die Erektion zu verbessern, bitte beim Arzt verordnen lassen. Nur wenn Sie das per Rezept in der Apotheke kaufen, dann können Sie auch sicher sein, dass der richtige Wirkstoff drin ist und nicht etwas, was auch noch schade zusätzlich. Das passiert nämlich leider. Es werden Millionen auf dem grauen Markt verdient und dadurch eben auch Schaden angerichtet. Da muss man die Menschen vor schützen. Wirken diese Potenzmittel unterschiedlich? Sie wirken über den gleichen Mechanismus, indem sie die Vorspannung in den Blutgefäßen erhöhen. Wenn man eine Erektion haben will, braucht man einen erotischen Stimulus. Wenn ich mich vor die weiße Wand setze, passiert überhaupt gar nichts. Das ist sinnlos. Ich brauche also etwas Visuelles in aller Regel oder was Taktiles. Also ich muss was sehen oder etwas fühlen, damit es überhaupt zu einer Erektion kommt. Und die Blutgefäße werden dann von ganz bestimmten Nerven angeregt, Blutzufuhr zu erhöhen und den Abfluss zu drosseln. Und diese Fähigkeiten, die werden durch diese Medikamente deutlich oder drastisch erhöht. Man erhöht also die Vorspannung sozusagen. Die Medikamente machen keine Erektion, aber sie verbessern die Durchblutung. Das ist der Trick dabei. Ja. Nun haben Sie uns hier aber noch etwas mitgebracht. Das sind Implantate. Wann kommen die denn zum Einsatz? Wenn die ganze Medikamente Therapie nichts bringt, dann kann man darüber nachdenken, ob man sich in den Speerkörper ein Implantat einbauen lässt. Das erste, was ich mal mitgebracht habe, ist die älteste Form der Implantate. Das sind solche flexiblen Geräte, die bestehen außen zumeist aus Silikon. Innen drin ist ein Silberdrahtgeflecht und die kann man in die Form und Richtung biegen, wie man es denn gerne haben möchte. Die kann man also so quasi in der Hose tragen. Und wenn man eine Erektion haben möchte, stellt man die auf. Das sind die am häufigsten implantierten Geräte weltweit, weil sie relativ wenig kosten. Deutschland ist ja in der besonderen Situation mit der gesetzlichen Krankenversicherung hier einen vollen Kostenschutz zu geben. Also in Deutschland werden Implantationen bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse, wenn die richtige Reihenfolge macht. Aber in den meisten anderen Ländern dieser Welt ist es nicht so. Und deshalb werden diese eben häufig verkauft. Sie haben den Nachteil, dass sie immer eine Vorspannung haben und dass natürlich der Körper, in dem die stecken, von innen sozusagen bedrängt und bedrückt wird. Dadurch, deshalb sind die eben in Deutschland so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wir implantieren am häufigsten diese sogenannten hydraulischen mehrteiligen Implantate. Da habe ich Ihnen ein Flaggschiff sozusagen mal mitgebracht. Das sieht so aus, dass also alles im Körper ist. Es ist nichts draußen. Nichts zu sehen. Nichts von außen ist nichts zu sehen. Das ist ganz häufiges Missverständnis, dass die Männer meinen, sie müssten die Pumpe irgendwo von außen bedienen. Die Pumpe kommt in den Hodensack, sodass man sie nicht sieht. Diese beiden Zylinder kommen in die Schwellkörper und dieses Reservoir kommt in den Bauchraum, wo es nicht weiter stört. Und wenn man dann eine Erektion haben möchte, dann greift man zum Hodensack und pumpt mit einigen Schlägen die Schwellkörper auf. Wenn man genau hinguckt... Ist das nicht schmerzhaft für den Mann? Nein, wenn das eingebaut ist, spürt man es nicht mehr. Das Einzige, was man spüren würde, wäre, wenn die Spitzen von innen gegen die Eichel drücken. Und deshalb werden die von uns bei der Operation exakt angepasst auf die richtige organische Größe. Man kann bei diesem Implantat erkennen, dass es nicht nur in der Breite, sondern auch in der Länge wächst. Also das kommt hier der natürlichen Erektion am nächsten. Wenn die Erektion wieder abgebrochen werden soll, dann drückt der Mann hier auf diesen Ablassknopf und dann geht das Wasser oder die Füllflüssigkeit aus den Schwellkörpern wieder raus, zurück in das Reservoir, was hier in meiner linken Hand ist. Und dann ist das hinterher wieder schlaff, also in einem ganz natürlichen Ablauf sozusagen. Mit diesem Implantat kann man die natürliche Anatomie am besten ersetzen. Muss der Patient Angst haben, dass womöglich das System undicht wird oder dass diese Blase platzt? Es gibt natürlich kein unendliches Leben auch für Implantate. Das ist klar. Wir haben also einige ganz gute Arbeiten aus den Staaten, aus Europa ist es ein bisschen weniger, die uns sagen, dass nach zehn Jahren noch 80 Prozent der Implantate funktionieren. Früher haben wir gesagt, die mittlere Lebensdauer sind so etwa zehn Jahre. Dieses Material ist Silikon, sehr gut körperverträglich, aber es hat natürlich auch seine Schwachstellen, wo es einfach irgendwann ermüdet. Wenn da ein Loch entsteht irgendwo, dann läuft die Flüssigkeit aus in den Körper, das ist einfach Kochsalzlösung, das macht nichts, aber dann funktioniert es nicht mehr. Und dann würde man es austauschen. Die mechanische Versagerquote liegt bei etwa vier Prozent auf zehn Jahre. Also vier Prozent gehen in zehn Jahren kaputt und etwa zwei Prozent kommen raus, weil der Körper sehr abstößt. Das ist auch eine sehr geringe Zahl. Am Anfang war das viel, viel mehr. Man hat eine ganze Menge gelernt, was also medikamentöse Behandlung drumherum um die Operation angeht und auch eben Operationsschritte, damit es eben möglichst nicht zu Absturzungsreaktionen kommt. Das klingt alles sehr positiv, was Sie über dieses Implantat sagen. Was also müsste ich als Mann unternehmen, damit ich dazu auch komme? Wichtig ist, sich rechtzeitig in professionelle Behandlung zu begeben. Das sind in der Regel Urologen, Andrologen. Man kann auch Androloge sein, ohne Urologe zu sein. Diese Zusatzbezeichnung können auch zum Beispiel Dermatologen erlangen. Andrologen sind die, die sich mit Männerkrankheiten im weitesten Sinne befassen. Und die folgen dann in der Regel den vorher genannten ERU-Leitlinien. Dass Sie also den Patienten zunächst mal untersuchen, alle Möglichkeiten herausfiltern, die Ursache sein können der Erektildysfunktion und dann eben die medikamentöse Therapie zunächst mal machen mit Tabletten. Man kann auch mit Spritzen was machen. Man kann auch zwischendurch mal Vakuum-Instrumente einsetzen, die die Blutung steigern sollen. Wenn das alles gemacht ist, dann ist sozusagen der letzte Schritt die Implantation eines solchen Gerätes, die aber ansonsten unkompliziert verläuft, wenn sie von der richtigen Hand gemacht wird. Schönen Dank, Herr Dr. Potek für dieses spannende Gespräch. Gern geschehen. Und ich hoffe, dass auch Sie sich gut informiert gefühlt haben. Wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bis dahin. Tschüss.